UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Cool, dass du zurück bist. Jungs, was geht? Dich vermisst, Bruder. Das müssen wir feiern. Rufen wir ein paar Girls an. Kennst du welche? Hübsche? Wie deine Mutter? Was denkst du, Tobi? Bringen wir ihn in den Knast. Es ist Zeit, ihn dafür bezahlen zu lassen. Aber zuerst brauchen wir einen schnellen Wagen. Seid ihr bereit? Wir ziehen das durch. Rennen fahren ist ne Kunst. Aber Rennen fahren mit Leidenschaft, das ist hohe Kunst. Und ich denke, es ist Tobi Marshall, der den Streitwagen der Götter fährt. Ich geb demjenigen 6 Millionen Dollar, der ihn aufhält. Wir klären das hinterm Lenkrad. Wir klären das hinterm Lenkrad. Wir klären das Befehl vor. Vielleicht sollten wir den Plan überdenken. Mich hält niemand auf. Ankoppeln! Du hast sie doch nicht mehr alle. Ich steh drauf. Du hast sie doch nicht mehr alle. ein schönes M depending. Nein, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr im Moment. Ich bin nicht mehr.